Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 3. März 1871. Heute, vor 150 Jahren, starb Michael Tonnet. Hören Sie über den Möbeltischler einen Beitrag von Jochen Stöckmann. Mein lieber Tonnet, in Boppard werden Sie immer ein armer Mann bleiben. Gehen Sie nach Wien. Ich will Sie dort bei Hofe empfehlen. Die Fahrt soll Sie nichts kosten. Sie können mit meinem Kabinettskurier reisen. Fürst Clemens von Metternich, seit dem Wiener Kongress der mächtigste Mann Europas, sorgt sich im Herbst 1841 um das Schicksal eines Schreinermeisters. Michael Tonnet ist dem österreichischen Außenminister beim Besuch einer Gewerbeausstellung in Koblenz aufgefallen. 1796, im benachbarten Boppard geboren, konnte er sich eine Werkstatt mit einem Dutzend Gesellen aufbauen. Nun aber steht der Mitwärziger vor dem Bankrott. Um seine neuartigen Bugholzmöbel auch im Ausland anzubieten, musste der Erfinder Kredite aufnehmen. Denn in Frankreich, Belgien und England sind hohe Gebühren fällig für Tonnets Patent. Jede, auch selbst die sprödeste Gattung Holz, auf chemisch-mechanischem Wege in beliebige Formen und Schweifungen zu biegen. Dünne Holzlagen werden in siedendem Wasser erhitzt, extrem gebogen und in mehreren Schichten übereinander verleimt. Dadurch sind Bugholzprodukte leichter, stabiler und billiger als konventionelle, aus Massivholz geschreinerte Stücke. Fürst Metternich lässt sich drei Muster vorführen. Sessel, Spazierstock und hölzernes Wagenrad. Aus Wien berichtet Tonnet der daheimgebliebenen Familie, Es machte dem Fürsten eine außerordentliche Freude. Er schaukelte sich auf dem Sessel hin und her. Größten Gefallen findet Metternich am Tonnetschen Wagenrad. Leicht und zugleich äußerst solide konstruiert, das wäre ideal für Geschützlerfetten. Der Außenminister denkt an sein Militär und vergisst darüber, Tonnets Möbel bei Hofe oder in Adelskreisen zu empfehlen. Für den Neuankömmling aus dem Rheinland ist das eine bittere Erfahrung. Doch nach einigen harten Jahren holt der Schreinermeister seine fünf Söhne nach Wien, eröffnet ein Möbelgeschäft und erhält endlich den ersehnten Großauftrag. Mit einem Musterstuhl aus dem Café Daum reist Tonnet 1851 zur Weltausstellung in London und kehrt mit prallgefülltem Auftragsbuch zurück. Beim Handel mit Südamerika aber zeigt sich ein gravierendes Problem. In tropischer Feuchtigkeit gehen die gebogenen Schichthölzer aus dem Leim. Über Monate experimentieren die Tonnets. Schließlich können sie 1856 das Patent für das Biegen von Massivholz beantragen. Mit dieser entscheidenden Erfindung ist ihre Firma in der Lage, Stuhlbeine, Sitzfläche und Lehne aus einem einzigen Holzstück zu fertigen. Diese Einzelteile lassen sich ohne großen Aufwand transportieren und werden an Ort und Stelle zusammengeschraubt. Im Messekatalog heißt es, Mit vollkommener Dauerhaftigkeit und Eleganz ist eine ausnehmende Leichtigkeit gegeben, sowie eine angenehme Elastizität bei verhältnismäßig sehr geringem Holzaufwand. Im reduzierten Biedermeier-Design ohne überbordendes Dekor oder historisierende Stilelemente produziert Tonnet praktische Möbel für das bürgerliche Publikum. So erschließt der verhinderte Hoflieferant den Weltmarkt. Stets um neue Geschäftsideen und Verbesserung der Arbeitsabläufe bemüht, legt er nicht einmal während der kurzen Mahlzeiten im Kreise seiner Familie den Bleistift aus der Hand. Als Michael Tonnet am 3. März 1871 in Wien stirbt, verfügt seine Firma über vier große Fabriken. Exklusive Filialen in Budapest, Berlin, Amsterdam, Paris und London bürgen für das Renommee der Marke. Und den Ritterschlag erhält der Schreinermeister aus Boppard Postum, als der Architekt Le Corbusier 1925 auf der Pariser Kunstgewerbeausstellung die Möbel der Zukunft präsentiert. Wir haben den schlichten Tonnet-Stuhl aus gebogenem Holz ausgewählt, der zweifellos der gewöhnlichste und billigste Stuhl ist. Und wir glauben, dass dieser Stuhl, der in Millionen von Exemplaren auf dem europäischen Festland und in beiden Amerika in Gebrauch ist, Adel besitzt.